Jo leute und damit willkommen zu den Kultus Park, Kelly und gleich hatten Schaden Nein, das erwähnst du mindestens fünfmal in jeder Folge Ja, weil das ja auch wahr ist. Das muss jeder wissen Doch Andy spielt Wurst Schön Schön, ne? Und ich weiß nicht, ob die Meldung überhaupt aufgezeichnet wird Naja, eigentlich nicht Also bei Skype weiß ich, dass es das nicht tut Ne, und das ja auch nicht, nur wenn du über Steam aufnimmst Ich aktiv Steam nutze Aktive Aktiv Aktiviert aktuelle Kräfte Genau Keine Fuckin Doch, ich wollte sagen, ich habe keine Fuckin dabei, aber habe ich doch Fuckin? Soll ich dir meine Fuckin? Oh, der Witz wird auch nie Ne Ne Genau wie Carsten Soll ich dir mal Carsten, soll ich mal Carsten Bier holen? Ich weiß nicht, wir sehen immer besser die Witze Ja So, wo muss ich jetzt nochmal Papa Schlumpf lang? Oh, oh, das war mein Wecker, der wäre fast angegangen Wieso? Weil ich, äh, gestern mein Essen Verdammt Ist mir eine Stoppo ausgefallen Wie lange haben wir? Sag mal, wenn es zwei Minuten sind Ja Wut? Was war das jetzt hier? Willst du mich verarschen, Handy heute, oder was? Verarscht mich schon wieder hier Hat gerade vibriert, aber aus welchem Grund? Keine Ahnung Oh Sag mal, wenn es zwei Minuten sind Ja Zahn, schnell Nein Okay Mal gucken, ob ich richtig fahre, ja Zehn Sekunden noch Hm Äh Jetzt Okay Das ist sehr nett von dir, sehr aufmerksam, das Mini Immer doch Ich bin doch immer ganz nett zu dir Ich müsste mal nach Aufnahmen erleben, das ist Nein, das ist nein Ja, muss gerade der Richtige sein Warum? Warum? Ich bin nur in den Aufnahmen bekloppt, okay? Bist du auch nach den Aufnahmen bekloppt? Nein Dann bist du noch bekloppt als vorher Beweis mir das Ne So, du hast keine Beweise, so einfach ist das Okay Und du hast so ein Dachschaden Und ich mach dir jetzt extra nach der Aufnahme keinen Quatsch, weil das nimmst du nämlich dann auf, wie ich dich kenne Ne Nein Wann habe ich das ja niemals gemacht? Weiß ich nicht Da siehst du Und dann kommt das unter Und dann grabe ich hier gerade in so ein Loch rein Mhm Okay, das kann man ja Ja, okay Kann man ja irgendwie falsch auch verstehen, ne Was langweilen Weiß ich nicht, was muss bis das dunkel wird In so ein Loch rumgraben Ja, alles klar Vielleicht Wotren du immer gleich Was denn? Was habe ich denn gedacht? Keine Ahnung Ich dachte jetzt an Baustellen, wenn du so auf Du gehst ja mal heimlich auf Baustellen oder so Ja Dann sch deu Hahaha Bob der Baumeister JoOh ich schaffe das Ne, das musst du Nein Doch NE 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 NEE BK Was kommt da, warum ist hier Eis? Worm ist hier Eis?! Eis 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 strip Warum Ais Okay, jetzt quash ma a bo testimony gleich Weiß surrounding Nein was jetzt so laut hier ja wo das lied ist geil müssen es war gerade zu windroschen mussten laut geschaden hat ziemlich laut das ist noch lauter als sonst normal würde ich jetzt auch ganz schnell sagen die dschungel dschungel im schnee video ich hoffe einfach mal dass ich den dschungel finde dieser strecke ich werde zu langsam wahnsinnig könnte noch hinkommen der euro ist das viele hier ich dachte vor zwar ein bisschen nachts ist und nicht in der höhle rumgraben ja ich bin das ganze genervt ich wurde hier halt einfach nur quer durch die gegend ich meine ich eine kleine beschlechtigung muss man ja haben wenn man wartet bis das dunkel wir haben ja auf den sack gehen ja das auch machst du ja gegen bei mir auch so so dass wir nicht gleich volle füße reihe oder so dann ist klar komm das schaden das schaden das schaden ich brauche nur einen fisch ich kann schon mal einen fisch fangen du bist ein fisch komm schon beißt deine an nein bei so einen kleinen wormen bestimmt nicht ach wieso du hast doch bestimmt kein warmbein angel drin ach das nun haken ja ja ich hab ein fisch das ist eine höhle ich hab ein fisch das ist eine höhle ich hab ein fisch das ist eine höhle äh sag mal vielleicht schon sechs minuten nein ach man ich finde immer noch kein dschungel aber meine nase sagt mir dass ich hin den dschungel rieche deine blase oder deine nase meine nase alter wie kannst du nase ohne witz ne ich hab zuerst echt glase verstanden boah wasch dir deine ohren ne wasch erstmal deine füße damit der dreck aus den ohren nachrutschen kann auch ich gar nicht warum hilft eh nicht mehr ne 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 solle sauber hobbit füße kriegt man wohl nicht sauber ne na die hast du ja nein ich hab keine hobbit füße doch hast du nein doch ich hab hunger im real life oder nur so im real life oh hast du nichts gegessen doch ich hab schon wieder hunger man ist ne stunde erst her du mich fragst ob ich verfressen bin ist klar ja du haust ja auch ich sag du haust die leckereien der süßlichen art rein ich hab einfach nur hunger hm ja aber ich hab grad bock drauf hab das wegen fressen fuck aber so könnte ich auch schon grad wissen und ich hab bock auf irgendwas anderes zu trinken ja ja ich glaub ich würd sogar grad liebend gern den tee vorziehen als Wasser weil vorhin hab ich nämlich ähm 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 Pommes gefuttert hm ja so ne hab ich so lange nicht mehr ne Suppe ne Suppe so lange keine Pommes mehr gegessen oh geil ich weiß nicht wie wir oben gefunden haben wie es Ice Plants hm oh mein Gott Ice Plants sieh da voll fett aus naja du siehst du auch da hatte ich doch beim letzten Mal aus dem Screenshot von gemacht hast du mir grad schon ne hast du mir in der letzten Aufnahme gesagt ja ich betone das extra in der letzten Aufnahme ja und ich betone das extra noch mal in dieser Aufnahme hehehe naja die 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 ja hat so nen kleinen Schaden nein doch tu ma okay es wird dunkel okay hoffentlich tauchen hier schleimige schleim drauf nein mach schon wieder nix zu fressen ey na wie ich das kenn Spawn hier keine Slime besser so tu mich ja auch hoffentlich kriegst du das Ziel niemals hm ich beende das noch und dann dann sag ich so ha immer noch nicht beendet ja ja da musst du nur mit dir alleine aufnehmen ooooh nö mach ich nicht hehehe doch nein alter ich wollte da nicht runterspringen so guck ich jetzt lang hier weiter ist das denn ja hm nein 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 oh zwei Herzen zwei Herzen hu 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 haaah und als erstes weißt du ich guck nicht auf die Herzenleiste nein ja oh mein Gott oh 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 geil 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 hu 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 dschungel 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 juuuu cool ne cool ist auch wenn man Slime findet verdammt kriegt er das Ziel gleichzeitig ey ist das nicht dein Ernst Das war doch kein Slime gefunden ja aber du hast gleich ein äh magma cream nö jetzt brauch ich nur nur mit Muschi finden Muschi 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 komm schon ich habe kein Slime ich habe kein Schlime bekommen ok das ist gut das freut mich ist dann schwert oder schwert oder faust wird ja heute einfach mal mit einer faust ich glaube da war ich weiß nicht ob das jetzt noch immer so stimmt sag jetzt hier nicht dass keine moschee ist so ein schweiz mit mir muss doch immer dem scheiß katze sein weiß ich finde die lohn und finde ich hier milone im dschungel weil das was neu ist okay einfach mitnehmen kann platz im winter man brauchte nur einmal von jedem einmal für das ziel nur für das ziel oder könnte man irgendwas draus machen nur fürs ziel noch ein millionen stück warte mal um die anzupflanzen bräuchten scheiß baum hier davon so das brauche ich nicht der mich am weg jetzt mit kleid mit dir haben habe ich nicht besonders weil er jetzt festige zombies kommen kommt steht einfach das viel ist aber so und schwert die ist keine mietz mietz so ich kann sowas hoffentlich braucht die mietz mietz nur ein fisch wie wir das bei print können über das leyen ball und weiß ich nicht kann ich dir nicht versagen weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen Das ist ne Arsch, ehrlich. Nein, Blaze lohnt Staub. Ja, Blaze-Powder und Leinball. Boah, ja, Spinne, hau ab, du nervst. Mann, wo ist ne Miets Miets? Merkst du? Ich merk's. Ach komm, du wirst schon was finden. Ich krieg' nen Rappel hier. Scheiß Miets Miets. Du wirst schon Miets Miets finden. Und wenn ich eine Miets Miets gefunden hab, dann sterbe ich einfach, damit ich den ganzen Weg nicht laufen muss. Ach man. Aber wenn du nix Wichtiges dabei hast. Nö. Gut, dass ganz viele essen, aber das kann ich mir wieder neu farmen. Der Kompass ist wichtig in so einem Fall. Ja, zwei Minuten noch. Boah, ich dachte da wär grad ne Miets Miets, war aber nur ein dummes Hühnchen. Ja. Ich wollt schon sagen, was steht da denn? Aber das ist nur noch Zuckerroch. Let's angeln. Der Angelsimulator heute. Ja. Nein. Scheiße, scheiß Schluss hier jetzt. Wieder vorunter gesprungen. Aber ich lebe noch. Schade. Und danach hätt's wieder kein Slime gehabt, ne? So tief ist die nämlich nicht. Aber das hätt ich glaub, das stimmt. Oh, das stimmt. Hi Spiders. Spiders. Eier. Eier. Eier, stirbt. Oh, jetzt kommt nur noch ein Scherz. Ah, da ist ein Enderman. Noch einer. Hey. Du kleiner dummer Enderman. Boah, beißt einfach mal an. Du kleiner. Du kleiner dummer Enderman. Hi Zombie. Verregz Zombi. Mein Gott. Verregt hab ich gesagt. Und du auch Gwenbache, tschüss. wir können die jungen haben wenn ich den endermann schlag ich habe auch eine auch komm schon kommt ein drittel fisch noch jetzt habe ich eine rotz angel geangelt das ist nicht deren ernst ich glaube ich weiß nicht wie viele zu hause habe ja welche und das noch ein ich glaube ich glaube müssen wir jetzt nicht so leute bis zum nächsten mal tschau tschau tschüss